Hallo allerseits und willkommen bei Stricky. Hallo allerseits, hier ist Stricky bei Amort Warfare und seit gestern ist ja wieder im Spiel Tigerklaue. Die PvE-Operation, die Karte, weiß ich gar nicht, gibt es die noch im PvP-Bereich? Ich dächte ja, aber wie gesagt, die PvE-Mission wurde damals recht schnell rausgenommen. Und gleich am Anfang mal, vergesst bitte nicht, euer Geschenk abzuholen im Market. Eine schöne Kiste Tigerklaue, darin enthalten, ich glaube 5000 Schlachtmünzen und irgendwas war es noch. Ich blende mal das gleich als Bild mit ein. Und ja, wie gesagt, holt es ab. Vergesst nicht dann im Inventar aktivieren, das ist alles immer ein bisschen umständlich. Wir gehen auf los, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, die ist jetzt viereinhalb Jahre ungefähr aus dem Spiel raus, die Karte. Deswegen weiß ich auch nicht, was mich da erwartet. Wie gesagt, wurde 2017 eingeführt, die PvE-Map oder PvE-Mission, muss man ja sagen. Und 2018 dann schon wieder so heimlich rausgenommen, weil sie wo Fehler hatte. Ich sage es mal so. Und jetzt, ich bin echt gespannt. Ich kann mich eigentlich auch kaum erinnern. Ich glaube, mehrere Caps gab es da und man konnte das damals recht zügig verlieren. Ach ja, genau. Und hier die Mini-Websee. Der Schluss hat sich doch unten an dem Kloster abgespielt. Hier, was weiß ich, bei J4 oder so. J5. Wenn ich mich recht entsinne. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht verwechsel ich das auch mit einer anderen Mission. Wir gucken einfach mal nach. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form angekündigt war. Aber für mich kam das jetzt komplett überraschend, dass die Karte oder diese Mission eingefügt wurde wieder. So, ich habe hier meinen schönen Wuschelkopf dabei. Die 90A mit, ich glaube, Motherland-Tarnung oder wie die hieß. Oder Skin, besser gesagt. Gefällt mir gut mit den Büschen, muss ich sagen. Mit dabei haben wir Type 99, Type 16 MCV. Dann den BMW T ist immer gut. Und noch einen 99, 10. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir langen müssen. Also, ich habe da jetzt nicht unbedingt Ahnung. Vielleicht verkacke ich das jetzt auch hier und muss noch mal zwei Stunden eine Rotation abwarten, bis die Karte wieder kommt. Ich fahre jetzt erstmal, aha, okay, jetzt erstmal hier hin. Genau, kann ich mich noch entsinnen? Genau, an die Wellen konnte ich mich erinnern, dass man da manchmal echt schlecht schießen konnte. Hallo? Oh, hier hakelt es aber. Oh, hier hakelt es aber. So, neben Missionen. Ist gleich vorbei. Schaffen wir nicht. Jede Wette. Ja, wir lassen mal die Nebenmissionen sein. Oh, falsche Karte. Jetzt müssen wir uns mal auf die Brücke konzentrieren. Also Kartenmitte. Da muss noch irgendwo ein Rosomack. Okay, der kassiert schon. Ach, daneben. Also, man kassiert hier an einer Tour von allen Richtungen. Das ist ja ein Fest. Das ist ja ein Fest. Okay, wir haben jetzt da oben keine direkte Zeitangabe, wie schnell wir die Brücke erobern sollen. Also, da könnten wir uns mal die Gegner abschießen. Ach, komm, Feierlang. Hier ist noch der Mekawa, na, 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 na. Was ist das denn? Ach, nee, K2. Ich krieg's hier permanent von der Mitte. Der wird auch nicht abgeschossen, da ist ein Sprut. Genau, ich sitze hier im Sniper-MPT. So, fahr mal in die Stadt jetzt hier, jetzt reicht's. Da ist der Kack-Mekawa hier. Aber da können sich die sich doch drum kümmern. Können wir mal Platz hier, dass wir sind zu zweit. So, und jetzt den noch rausnehmen. Einen Schuss braucht er noch, sehr schön. Jetzt fahren wir erstmal hier rein. Und da haben wir da hinten noch einen Cap. Und hier drüben scheint noch ein Griffin zu sein. Geht's schon gut ab da vorne. Troffen? Von wo? Oh, du bist zu dämlich. Warum fährst du? Oder ist der jetzt mit Absicht rausgefahren, dass der PMP-BMPT die abschießen kann, ne? Das kann natürlich auch sein. Eins. Okay. So, und jetzt blockiert ihr alle schön die Brücke, ja? Muss mal einen Schuss setzen. Jo, der blockiert wirklich die Brücke. Herrlich, ne? Aber... Komm, machen wir mal Platz. Jungen, also... Demel. Das Frack drehen wir ein Stück um. Genau. Jetzt bleibe ich an der Kolonne hängen. So, erobert die Brücke. Und was kommt nun? Und nun? Ein Haken. Und wie ihr seht... Also, da lag ich doch richtig. Das Ende ist da oben. Palast verteidigen. Da geht's ab. Da kommt schon einer. Oh, daneben geschossen vor lauter Wackelei. Ja. Und wie, warst du nicht ? Er kommt noch nicht. Okay, ich bin da oben. Ich bin da oben. Okay, wir sind da oben. Und dann fern noch nicht. Dann bin ich da. Ich bin da oben. Ich bin da oben. D вперed. Auf grad, dass? Das war ja. Entstehen wir ja. Dann bin ich da oben. Ich bin da oben. Und dann bin da oben. da oben. D exchanges da oben. guck mal da dran kommen hier an den wieso komme ich hier nicht vorwärts bleibst du rein so ein stein hängen also was ist denn das du reißt häuser kaputt und bleibst dann so ein absatz hängen das heißt ich wie die pässt immer schön hinten einschießen so müssen wir noch trotzdem noch eine minute verteidigen ich weiß nicht ob noch was kommt jetzt bin tatsächlich über mich selbst erstaunt dass ich nach viereinhalb jahren das noch wusste dass hier oben das finale ist ja das sind halt viele abgekackt sage ich mal eigentlich schon am anfang ganz am anfang der mission sind viele schon gescheitert und ja mich haben sie jetzt auch wieder abgeschossen am anfang aber dann ging es eigentlich sagen wir haben jetzt aus unwissenheit mehrere sports gebraucht aber 34 sekunden noch ich weiß nicht so ich noch mal durch die kante aber noch mal über die karte fahren so ein bisschen jetzt komme ich hier nicht drüber okay tiger claw da ist so schön dass die zurück ist die karte allein schon wegen der abwechslung denn auch wenn es viele spieler gut finden dass immer dieselben missionen immer dieselben karten kommen freue ich mich doch über jedes kleine bisschen abwechslung weil weiß ich auch nicht irgendwann hat man sich dann auch mal satt gesehen zumindest wenn man alleine spielt spielt man im team ist das ein bisschen anders schon wieder weiß ich nicht da konzentriert man sich mehr aufs team als auf die mission an sich finde ich und also auf die die kumpanen mit denen man da labert deutsch gesagt da fällt das nicht so ins gewicht mit der abwechslungsarmheit armut aber wenn man alleine ist wie gesagt ich freue mich dass die map zurück ist kann aber jetzt nicht sagen dass ich sie großartig vermisst habe ich habe mich ja kaum noch daran erinnert so also tico klaue nicht schlecht schön im mittelfeld na klar der bmpd hat alles gerissen hier das ist so logisch wenn ich die noch ein paar mal fahr weiß ich auch was phase ist so wie gesagt es gab 5000 moment kann man das nicht so als geschenk jetzt hier habe ich noch mal ein tag premium zeit hey hey und 5000 schlachtmünzen gab es als geschenk für die rückkehr von tiger claw hier sieht man ja der battle pass läuft ja immer noch der ist noch mal verlängert worden weiß ich was da die gründe sind entweder haben sie noch nicht genug verdient oder sie wollen die zeit überbrücken bis zum nächsten battle pass beziehungsweise bis zum nächsten event sage ich mal so ja von mir aus gerne ich sage nicht nein könnte sich laufen lassen ich mache jetzt jeden tag hier hole ich im shop das tägliche gratis ding ab und auch durch die 5000 die es noch drauf kommen da habe ich hier jetzt 9480 bringt mich nach und nach schön langsam in den rängen vorwärts habe jetzt zuletzt nicht viel gespielt also allgemein nicht viel gespielt so noch einen rang und damit bin ich jetzt bei rang 50 und habe jetzt noch genau 12345 ränge bis zu diesen tollen avatar 6789 und zehn ränge bis zum zz 33 tage 15 stunden und zehn ränge tatsächlich habe ich jetzt große hoffnung dass ich es schaffe hatte ich vorher auch wenn ich es forciert hätte sage ich mal hätte ich es geschafft aber wenn du nicht viel spielst kommst du auch nicht viel vorwärts ist ja klar ja aber ich tatsächlich werde ich dann doch den ztz noch mitnehmen ohne geldaufwand sage ich mal und ja weiß ich nicht was ich ob hier noch ein paar pünktchen dazukommen oder hier bei den herausforderungen ihr seht ja ich bin noch nicht so weit ja werde ich demnächst mal wieder streams machen das wird mal wieder zeit so also mit der rückkehr von tiger klaue tiger claw wünsche ich euch erst mal ein schönes wochenende bedanke mich fürs zuschauen jetzt am wochenende übrigens arabian vielleicht streame ich das wieder weil die bin ich eigentlich immer sehr sehr gern gefahren also bis dahin euer stricke ja